Der Patient kam vor anderthalb Jahren zu mir, weil er gerade Zähne haben wollte. Er war 22 Jahre alt und ich habe festgestellt, dass immer noch ein Milch-Eckzahn im Mund hatte. Nach einer chirurgischen Freilegung habe ich ihn mit Hilfe der festen Zahnspange immer Stück für Stück in die Zahnreihe bewegt. Heute ist der große Tag. Die Zahnspange wird entfernt und der Patient freut sich sehr auf sein schönes Lächeln. Das macht mich sehr glücklich. Ich habe die Zahnspange eineinhalb Jahre getragen. Ich habe mich sehr schnell an sie gewöhnt. Heute wurde die Zahnspange entfernt, ohne Probleme, schmerzlos. Es hat alles sehr gut geklappt. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und echt glücklich. Musik 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 Spaß